so spiel nummer 11 dann 30 16 kilometer sagt mir bitte nicht dass das spiel also die rampen sind nicht ganz ohne muss man sagen manche sind nicht mit glück dabei oder war es wieder letzten letzten dingen nicht so was so was haben wir denn heute vergiss das baby er hat es werden wie die shops wie die shops was das gewinnt du gerade aus es gibt es irgendwo fehlen wie es irgendwo wahrscheinlich jetzt wieder zurück guck mal wie sie drückt alter seht ihr das da oben in den bergen jeder brauchte kleines dringelinchen in der gruppe ja normalerweise dringend ich mich noch bei baby rein die dringend sich jetzt grad bei jedem vorbei wie gesagt sobald man irgendwie bei jeder queren kommt gedrückt zurecht worte immer noch mit dem gewitter erzielen das hat auf jeden fall was ist so geile atmosphäre wir haben jetzt gleich die hälfte erst von den dingen durch wie ich kann fliegen ich kann fliegen ich kann fliegen guck dir das mal das geht doch zurück da hinten zeit bei zeit hier mit dem worden ist das ich bin nicht weit weg von euch das das ändert ihr jetzt gleich ich wollte doch nur kuscheln ja was wir da ja ganz einfach ich wollte eigentlich vorbei wie sie dann aber zu zieht in dem moment warum bin ich auf gas gegangen leute hier hast mich gerade so weil ich mich in der nährung wird ich werde nur weg geschossen was ihr könnt nebeneinander drei schon wieder schwimmig hast heute danke ich nehme wir fahren da unten ist es ziel ihr habt euch jetzt weniger bier quasi den sieg geschenkt ich blanke mich also die strecke ist geil die behalte ich wenn du jetzt ruhig noch eine zweite runde machen können ja ich wusste ja nicht was das für ein rennen ist weißt du nachher stelle ich wieder drei runden ein oder so ein kack rennen wo ihr euch alle aufregt das aufregen ist nähe alles gut das aufregend ist jetzt so ist durch alles gut aber wie gesagt ich habe ich erwarte nach dem baby die ganze zeit so am drängeln ist weil wir heute neben der sessbrücke haut die versuchte weg zu hauen und ihr habt euch jetzt quasi in der letzten letzten links zusammen gegenseitig weggehauen sie habe ich das ding jetzt gewonnen auf jeden fall dickes like das muss man sagen in der stelle das ist das ist eine geile strecke kann also kann man ruhig mal locker zwei drei runden drauf machen ich bin wieder dran über drei fall mit der küchenrolle ach ja genau ich bin wieder